Hallo liebe Leute, das hier ist ein wirklich ernstes Thema, es betrifft das ganze Internet und wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann steht das Internet kurz davor, komplett zensiert zu werden mit einem Upload-Filter und vielen anderen bescheuerten Sachen von ein paar Leuten, die meinen, das Internet doch komplett legalisieren zu können und da kann ich mir einfach nur einen Mega-Facepalm geben. Aber gut, was ihr tun könnt, ist, klickt auf den ersten Link in der Beschreibung oder zuerst schaut euch mal das neue Video auf meinem YouTube an, hier der Upload-Filter, der das Internet zensiert. Ich habe das hier mal auf 10 Minuten erklärt oder zumindest versucht zu erklären. Ich hoffe, ihr versteht es und dann klickt ihr mal auf den Link hier, da sind die ganzen EU-Abgeordneten, da ist auch einer aus Deutschland dabei und dann könnt ihr hier unten eure E-Mail-Adresse angeben und unten drückt ihr dann bloß noch auf Add Your Choice, hier ist schon so ein langer Text eingegeben in mehreren Sprachen und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Klickt jetzt in der Mitte, also auf dieses Video hier, was hier eingeblendet ist, also da habe ich alles erklärt. Hier links könnt ihr quasi noch einen Tweet abschicken an die ganzen Abgeordneten, das würde mega helfen, wenn ihr das machen könntet. Zusammen sind wir stark, wir sind zwar keine große Community, aber trotzdem, die kleinen können auch was bewirken. Was ihr jetzt noch tun könnt, ist das Video auf meinem YouTube überall zu verbreiten, würde mich auf jeden Fall freuen und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!